38, ist gelandet. Der Sohn von, 74, hatte die Muttergesellschaft des Telemiras wegen Telefon, Hacking verklagt. Der dazugehörige Prozess startete bereits gestern, doch Harry fehlte, worüber der gewesen sein soll. Heute gehen die Verhandlungen weiter und bis zuletzt war unklar, ob der Bruder von, 40, dafür anreisen wird. Nun ist klar, Harry ist in London angekommen. Wie BBC nun berichtet, ist der 38-Jährige soeben vor dem Gericht in London eingetroffen. Somit ist auch klar, dass er als erster Royal seit 130 Jahren im Zeugenstand aussagen wird. Beim Aussteigen aus seinem Wagen machte der Mann von, 41, einen entspannten Eindruck, verschwand aber schnell im Gerichtsgebäude. Was genau in dem Prozess herumkommen wird, ist aktuell noch unklar. Laut einem Experten könnte sich das Ganze für Harry aber schwierig gestalten. Er hat schlichtweg keine Beweise für das Hacking, behauptete der Fachmann gegenüber BBC. Doch der zweifache Vater wolle nicht klein beigeben. Laut ihm habe wegen des Bespitzelns und den darauf folgenden Berichten auch die Beziehung zu seinem Bruder William gelitten. Tipps für Promiflash. Einfach i, Mail an.